Wippkreissägen mit Tisch? Herzlich willkommen zu diesem Video. Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Zum Brennholzschneiden ist die Wippkreissäge mit Tisch eine wahre Arbeitserleichterung. Gerade das Holzschneiden in kleine Portionen ist nicht so mühsam, wie das Holzspalten mit Spalter oder Axt. Darüber hinaus lassen sich mit der Wippsäge stärkere Holzstämme verarbeiten und zerlegen als vergleichsweise mit der Axt oder dem Holzspalter. Und im Vergleich zum Schneiden mit der Motorsäge ist beim Schneiden mit der Wippkreissäge mit Tisch erheblich weniger Kraftaufwand erforderlich. Sicherer und kräfteschonender kann mit der Wippsäge Holz verarbeitet und portionsgerecht geschnitten werden. Und je länger die Hölzer sind, umso besser eignet sich eine Wippkreissäge mit einem Tisch. Stammholz mit einer Länge von bis zu zwei Metern lässt sich mit dieser Säge hervorragend zerkleinern. Unterschiedliche Holzarten und Stärken schnell geschnitten. Die Wippkreissäge verarbeitet alle Holzarten und zahlreiche Stammstärken. Auch Hartholz lässt sich mit einer solchen sehr gut schneiden. Die Wippsäge besitzt einen integrierten Wipptisch. Auf den Tisch wird lediglich der Stamm gelegt. Die weitere Arbeit übernimmt so dann die Maschine. Der Wipptisch hält den Holzstamm fest und führt ihn gegen das große Sägeblatt, damit der Holzstamm innerhalb weniger Momente in Stücke gesägt werden kann. Die geschnittenen Holzstücke lassen sich dann mühelos lagern. Mit einer handelsüblichen Wippkreissäge mit Tisch können Stammstärken von bis zu 20 cm Durchmesser verarbeitet werden. Diese Stärken werden für die übliche Brennholznutzung präferiert. Spezielle Profi-Sägen zerteilen allerdings auch Stämme, die einen Durchmesser von bis zu 100 cm haben. Fuchsteck-Wippkreissäge WKS 1700 A 700 mm mit 230 V-Anschluss Die Fuchsteck-Wippsäge WKS 1700 A ist ein deutsches Fabrikat und besitzt einen 230 V-Anschluss. Damit kann die Säge an jede gängige Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Im Vergleich zu Gleichstromgeräten bietet diese Säge damit einen enormen praktischen Vorteil. Geliefert wird die Säge mit einem 700 mm HW-Sägeblatt. Diese Wippsäge zeichnet sich durch eine hohe Leistungskapazität aus. Schnell sind die Stämme wunschgemäß in Portionen geschnitten. Ohne viel Kraftaufwand lassen sich mit der Fuchsteck-Wippsäge WKS 1700 A einfach und effizient Holzstämme für den Brennholzschnitt verarbeiten. Genutzt werden kann die Maschine für den privaten oder auch gewerblichen Gebrauch. Die Gerätemasse sind gering und liegen bei 127 cm x 113 cm x 73 cm. Das Gesamtgewicht der Fuchsteck-Wipp-Kreissäge mit Tisch WKS 1700 A beträgt 82 kg. Die Säge besteht aus stabilem Stahl. Die Sägekomponenten sind geschweißt. Die Fuchsteck-Wipp-Kreissäge WKS 1700 A zeichnet sich durch eine einfache und sichere Handhabung aus. Sie ist hochwertig gefertigt und hat eine lange Lebensdauer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Wippsäge von Fuchsteck ist sehr gut und empfehlenswert. Antriebe Beim Kauf einer Wippsäge sollte auf den Maschinenantrieb geachtet werden. Für den mobilen Einsatz eignen sich Sägen, die einen Verbrennungsmotor haben. Nur mit diesen Sägen ist ein flexibler Einsatz im Wald garantiert. Wird das Brennholz allerdings ausschließlich in Stromnetznähe geschnitten, dann eignet sich eine Wechselstromsäge sehr gut, weil sie mit jeder gängigen Steckdose genutzt werden kann. Aufgrund des Maschinengewichts sind Sägen mit integrierten Rollen sehr praktisch, wenn die Säge mobil genutzt werden soll, oder aber auch immer wieder verstaut oder transportiert werden soll. Und je größer die Rollen sind, umso geländegängiger ist die Maschine. Wippsäge